Camtasia Studio ist eine Komplettlösung zur Aufnahme, Bearbeitung und Produktion von Bildschirmvideos, auch Screencasts genannt. Sie fangen in der Regel mit dem Camtasia Rekorder an. Mit dieser Anwendung können Sie einen beliebigen Bereich des Bildschirms, egal ob ein Fenster oder Vollbild, als Video aufzeichnen. Alles, was Sie auf dem Bildschirm zeigen, wird aufgenommen. So können Sie Arbeitsabläufe am Computer, Navigation durch Webseiten, Arbeiten mit einer Software oder auch PowerPoint-Präsentationen aufzeichnen. Der Camtasia Rekorder kann auch gesprochene Kommentare und das Bild einer Webkamera aufnehmen. Nach erfolgreicher Aufnahme öffnet sich Ihr Video in Camtasia Studio zur weiteren Bearbeitung. Camtasia Studio ist ein ausgefeilter Video-Editor. Auf der mehrspurigen Timeline können Sie Ihre Aufnahmen und zusätzliche Clips beliebig anordnen, zurechtschneiden und überlagern. Und im Vorschaufenster wird die Größe und Position bestimmt. Mit den Bearbeitungswerkzeugen und Effekten können Sie Ihr Video noch effektiver und kreativer gestalten. Zoomen Sie an bestimmte Bereiche heran, um diese im Detail zu zeigen. Oder verwenden Sie eines der zahlreichen Callouts, zum Beispiel diesen Pfeil, um auf etwas im Video zu zeigen. Die Callouts können Sie frei manipulieren oder ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Wenn Sie auf Wiedergabe klicken, sehen Sie im Vorschaufenster genau, wie das fertige Video aussehen wird. Es gibt auch noch andere Bearbeitungsoptionen, wie Cursor-Effekte, Übergangseffekte, Audio-Einstellungen und die Möglichkeit, Untertitel in ein Video einzufügen. Camtasia Studio enthält eine reichhaltige Bibliothek mit attraktiven Medienelementen. Sie können diese thematisch abgestimmten Clips frei in Ihren Projekten verwenden, zum Beispiel als Titelclip am Anfang Ihres Videos. Mögen Sie Hintergrundmusik? Die Bibliothek bietet Ihnen auch viele fertige Audio-Clips, die Sie in Ihren Videos einsetzen können. Mit der Funktion Farbe entfernen können Sie sich selbst im Video zeigen und somit Ihrem Projekt eine ganz persönliche Note verleihen. Wollen Sie Ihre Zuschauer aktiv einbeziehen? Sie können interaktive Elemente wie Quizfragen und Abfragen von Feedback in Ihr Video integrieren. Die Ergebnisse erhalten Sie bequem per E-Mail. Oder verwenden Sie sogenannte Hotspots, klickbare Bereiche im Video, die auf eine externe Webseite oder auf einen anderen Zeitpunkt im Video verlinken. Wie Sie sehen, hat Camtasia eine Menge zu bieten. Wenn Sie mit der Bearbeitung des Videos fertig sind, kommt im nächsten Schritt die Produktion und Weitergabe. Wer es einfach mag, der kann das Video im MP4-Format mit oder ohne Videoplayer produzieren und auch direkt auf YouTube oder Screencast.com hochladen. Für fortgeschrittene Anwender bietet Camtasia aber auch die Möglichkeit, Produktionsformat, Aussehen und Verhalten des Videos im Detail anzupassen. Und so sieht ein produziertes Video dann aus. Der integrierte Textmiss Smartware garantiert, dass die Videos auch mit iPad, iPhone oder Android-Smartphones kompatibel sind. Auch dieses Video, das Sie sich gerade angeschaut haben, wurde mit Camtasia Studio 8 erstellt. Gefällt Ihnen, was ich Ihnen gezeigt habe? Dann lade ich Sie ein Camtasia Studio noch heute auszuprobieren. Eine Testversion finden Sie unterhalb dieses Videos. Worauf warten Sie noch? von der